So, hier ist der Diziax ist dabei und Lichtl ist auch noch mit bei und ich habe einfach mal ein 2k dunkles Gegner. Ich darf den natürlich jetzt nicht megamäßig hart verkacken. Der Loot-Delfin. Aber bitte Crash of Clans Deutsch davor schreiben. Auf jeden Fall. Schon wieder ihr Hater, Mann. Was habt ihr gegen... Ich glaube, ich sollte den Loot-Wahl machen. Ne, den Loot-Anus. Lichtl hat ja jetzt den Loot-Gott, Donjon hat Loot-Delfin, ich mache den Loot-Anus. Okay, alles klar. Ey, ich habe schon eine volle geile Idee. Ich nehme so einen Typen, also so einen Comic-Arsch und danach kommt da so Gold und Delixel rausgespreadet. Ey, voll die geile neue Video-Idee, der Loot-Anus. Würde ich auch sofort machen. Ich weiß. Jetzt muss ich mal gucken, was... Oh, ja, 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 es ist offen. Es ist offen, es ist bereit, wir sind bereit. Jetzt alle Koblenz werden jetzt einfach weggefickt. Guckt, guckt. Pass auf. Drei, bumm, alle weg. Oh, der Heel, er gettet das Dark Elixel. Ja, hast du was anderes gedacht? Ja, natürlich. Der David-Getter. Der Anus-Delfin. Äh, nee. Der Loot-Anus. Ey, Lichtl-Kock. Wo, was ist momentan die beste Farming eben? Ich weiß nicht, ich war jetzt schon so lange im Champion. Also, es ist gerade so heftig in Meister. Wie jetzt in Meister? Ich habe innerhalb von 20 Angriffen meine Lagerfolge gehabt. Echt in Meister? Aber das ist auch echt enorm. Ähm, du bist kein Maßstab. Du bist einfach ein fucking Hero. Also, in dem Bereich ist das echt normal. Ganz ehrlich, wer farmt denn mehr als du? Ich bald. Hä? Ich habe, glaube ich, die letzten zwei Monate zweimal auf Boost gefarmt. Ja, ehrlich jetzt. Ich farm nie. Früher habe ich Spiele gefarmt. Ey, Lichtl-Crystal 1 oder Crystal 2? Was? Er hat von Meister gesprochen. Crystal 1. Crystal 1 bist Meister dabei. Okay, dann zühle ich jetzt einfach in Crystal 2 rum. Besser, besser. Du farmst auf Crystal, aber mit Master. Schild, weil du bekommst zu 100k von beidem. Achso, ah, jetzt hat es bei mir Klick gemacht. Ich denke mir, hä? Was? Jetzt habe ich auch verstanden. Ja, aber mir dauert es ein bisschen länger. Das versteht dir, guckst du jetzt nicht. Ja, die sind immer ziemlich hart zu mir. Und jetzt kriegt ihr das auch einfach mal mit. Also, ich meine, das ist dann immer so ein bisschen so die Allianz, die dann gegen mich gilt. Ja, wir hassen dich alle. Äh, genau. Ist alles nicht ernst gemeint. Alles nicht ernst gemeint. Ja, alles nicht ernst gemeint. Du kannst deinen Loot-Delfin wieder einstecken. Ja, aber nicht mein Loot-Anus. Mein Loot-Anus ist nämlich größer als der Loot-Delfin und der Loot-Delfin verschwindet einfach im Loot-Anus. Hey, such jetzt meine Base. Ja, genau, das stimmt. Ja, dafür ist jetzt Zeit. Dafür ist jetzt Zeit. Wir gehen auf... Wie viel hatten wir gesagt? Ich glaube, 400 Millionen habe ich gebar. Nee, ich habe da schon reingeguckt bei dir. Ach, Mann, ich wollte es jetzt interessanter machen und zu tun, als du das noch nicht gesehen hast. Meine Güte. Ich bin einfach ehrlich. Also, gucken wir mal. Das hat nichts mit Ehrlichkeit zu tun. Ja, du bist einfach ein Anus, Gett. Also, er hat es wirklich absolut gar nicht drauf, der kleine Disiaks. Hä? Man braucht auch nicht mehr, um eine Fast-Max-Star-Tonal 10 zu haben. Nee, nur ein paar Gems. Ja, genau. Wie viel hast du bis jetzt rausgehauen? Ich? Was denkst du ungefähr? Du meinst echt Geld? Ja. Ja, also, ich kriege ja viel gedonatet und so. Und, ja, ähm... 2.000. Nee, 2.000 ungefähr so. Nee. Ja, doch. Krass. Nein, okay, das ist übertrieben. Vielleicht 1.000. Nee, nie. Nie. Ja, komm, ich meine, wenn ich gesehen habe, wie er da die Gems gerastet hat hier... Ah, hier von meiner Mom hat ihn noch ein bisschen... Ich spiele ja auch erst seit... Ich spiele ja schon seit Anfang an. Ich spiele seitdem, das draußen ist. Das heißt, ich kriege... Ich habe allein so viel Gold, allein dadurch, dass ich jeden Tag einsammle. Ja, ja. Allein die Sammlung... Das darf man auch nicht unterschätzen. Nein, so viele Gems habe ich jetzt auch noch nicht ausgegeben. Aber ich würde sagen, wir kommen schon so fast an die 1K ran. Ja, viel mehr. Ja, vielleicht. Ja, ja, du, Lichtle, ja. Ja, ich habe jetzt vielleicht 500 Euro ausgegeben. Ja, ist schon klar, Lichtle. Alles klar. Jetzt kannst du raus. Ja, aber Guse, man, man, du Gems viel zu viel. Ja, Mann. Das sind mir jetzt nicht schon 10K gewesen. Du mit deiner Kack-Maxed-Out-Base. Aber es läuft, oder? Ich glaube, Gems jedes Mal neue 10er mauern. Das geht gar nicht. Ich glaube, Fleoneo hat fast noch gar nicht gejammt. Nee, gar nicht. Ich habe mittlerweile 50. Wie viel hast du? Wie viele 10er mauern? Lichtle? 8 und 100. Äh, 25 oder so. Ich habe 50. Gut, Leute, ich gehe dann jetzt auch mal schlafen. Ich wünsche dir was. Ciao. Nee, ich gehe jetzt raus, gell. Ich schicke euch dann ein Bild. Von der, der ich, die ich aufgerissen habe, ne. Bis dann. Die Hose, die du aufgerissen hast, ja. Ja, genau. Und auch meine Hose. Ach so. Bis dann. Ciao. Ciao. Also, wir hören so in einer Stunde. Es dauert ja nicht so lange bei dir. Ja, nachdem ich meine Pizza verzerrt habe. Bis die Hose aufgerissen ist. Ja, der Rest dauert auch nicht mehr länger. Leuchte, Bob. Ja. Dann CSGO, gell? Ja. Wie lange bist denn du jetzt ungefähr weg? Also, ich gehe nach... 30 Minuten. Wow, okay, gut. Ja, okay, das geht ja richtig easy. Ja, ich bin ungefähr eine Stunde weg. Vielleicht bin ich auch kurz weniger weg, wenn es schneller geht als sonst normal so. Okay, ciao. Okay. Bis dann. Ciao. 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 Du musst die Aufnahme beenden. Nein, ich kann ja die Aufnahme nicht beenden. Ach so, geht das nicht. Nein. Hau rein, die Sierks. Ciao. Oh, hier, hier, guckst du Jan. Lute, Fink. Uuuuh. Ich weiß zwar nicht, ob der so macht, aber scheißegal. Du meinst, du meinst Lute. Ciao. Ciao. Du kannst doch gar nicht weggehen, Alter. Guck dir das an, das ist einfach episch. Ciao. Ey, weißt du noch, heute Mittag, heute Vormittag, go, go, go. Ja. Das ist so hindert. Warte, ich füge Nachschuelsicherheit, aber meinst du? Ihr müsst mal ein Video, wir haben ein Video intern zu sehen, aber das dürfen wir leider nicht zeigen, weil das hat gewisse Rechteverletzungen von einer Eisfirma. Hä? Was? Hä? Wo, 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 wo diese Jax das Eis futtert. Ach so, ja. Wenn ihr das sehen würdet, das würde garantiert 100k Klicks bekommen. Ohne Witz. Ach so, das, ich kann mich erinnern. Und, und das war echt mega. Oh, ich sollte noch hier den Inferno getten, oder? Ich poste einfach mal den Link in die Kommentare. Genau, genau. Guckt einfach mal in die Kommentare. Und jeder, der das Video sieht, muss mindestens sich fünf Accounts erstellen und all meine Videos liken. Und bei 100 Euro donaten. Nein, 200 Euro, damit ich mir eine M41S Icarus Fell kaufen kann. Eine was? Eine M41S Icarus Fell in CSGO. Ah, okay. Ich dachte, hä, kenn ich gar nicht, sagt mir gar nichts. Okay. Was ist das denn für eine COC-Truppe? Hi. Hi. Okay. Ciao. 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 Okay, ich bin jetzt wirklich weg. Jetzt wurde natürlich... Jetzt rufe ich noch mal ein Lichter an. Läuft bei mir. Okay. Lichter will auch nicht mehr. Egal. Aber so habt das... Ihr seht es halt wirklich mal. So läuft das bei uns immer nur ab. So läuft das ab. Aber guckt mal. Wir haben... Wir haben unsere Vorgaben eigentlich fast erfüllt. Wie gesagt, vom Gold... ...ist es halt... ...nicht anders. Was schreiben die jetzt nochmal hin und her? Ne, verpasster Konferenzanruf. Oh ja, jetzt haben die doch nochmal angerufen. Uh. Egal. So. Einwandfrei. So. Spells hatte ich, glaube ich, nicht rausgeballert. Ne, genau. Gucken wir nochmal her. Passt. Achso, Styler wollte gecheckt werden. Ja, komm. Gucken wir mal rein. Das ist kein Thema. Kriegen wir hin. Klar, es ist irgendwo... Ja, man will natürlich gesehen werden. Das ist ja nun mal so. Klar. Das ist auch normal. Und das nehme ich auch keinem Übel. Und ganz ehrlich, mit der Base kann man auch gesehen werden. Ich meine, wir sind 91. Sind nicht ganz... Also, so in dem Bereich hier dev-mäßig komplett maxed out. Wir haben nur noch die Mauern zu machen. Ich würde wirklich schon sagen... Hochgehen. Es sei denn, du hast die Truppen noch nicht alle maxed. Das sieht aber nice aus. Doch, doch, doch. Ich würde hochgehen. Ich würde wirklich hochgehen. Ohne Witz. Weil der King ist auch schon maxed. Was soll man machen? Ich meine, das LX die ganze Zeit nur da zu haben. Das DLX genauso. Wenn du jetzt nicht gerade noch was am Upgraden bist. Aber ich bin der Meinung, die Truppen waren wirklich gemaxed. Geh hoch. Geh hoch. Würde ich machen. Weil das ist sonst nur LX wasten. Meiner Meinung. So, auf jeden Fall würde ich sagen. Gucken wir mal, was hier geht. 145, ja, dann ist nicht mehr viel. Wer bringt da nichts? Ich meine, man steht irgendwo an einer Schneise, wo man sagt, gut, okay. Was mache ich jetzt? Oder an einer Lichtung oder an einer Kreuzung oder wie auch immer. Hau ich jetzt alles komplett auf max? Aber warum? Ich meine, wenn ich wirklich nur noch die Mauern habe und die nicht für LX hier kaufen kann. Denkt bitte dran, die kann man erst ab 9 auch für LX upgraden. Und dann sitzt man da und hat, ja, LX ist voll beschissen. Ganz genau. Und von daher ist er, also ich finde auch, eigentlich wäre es schon besser, eigentlich ab Mauer Level 7 auch schon mit LX zu upgraden. Wäre für mich besser, finde ich. Aber gut, mich fragt da ja keiner. Ich könnte ja mal Supercell anrufen. Wartet mal kurz. Guck mal, was. Nachricht? Yeah. Was sagt Supercell? Ja, lass mal lieber sein, okay. In Ordnung. Kriegen wir hin. Dann halt nicht. Oh, ich kriege einen Anruf. Die Sierks, okay. Ja? Hi Leute, ich bin's wieder, der die Sierks. Wie, deine Freunde wollten nicht mit dir spielen oder was? Nö, die sind schon alle weg. Okay. Ja, ich bin eine halbe Stunde zu spät und dann sind die einfach alle gefahren und keinen Bock mehr hatten zu warten. Wo sind sie hingefahren? An Main. Ah, cool. An Main gegettet, da wollten wir eigentlich gammeln. So ein bisschen Shisha-Smoke. Was? Äh, nix. Leute, wenn ihr unter 15 seid, keine Shisha rauchen. Und wenn ihr auch Shisha raucht, nur ganz, ganz selten. Höchstens alle zwei Monate einmal. Sonst könntet ihr instant sterben. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab mich von sowas komplett fern gehalten. Nee, nee, rauchen und weed und so auch. Aber mal so eine Shisha ist einfach gechillt. So mit den Girls und den Boys am Main chillen und so. Ja, du weißt. Aber erzähl mal, ich bin bald... Geil auf meine Freundin, was? Nee. Ich bin bald dann bei dir in der Nähe. Echt? Ja, und zwar, nimm mal, nimm mal bitte dein Handy. Okay. Und google mal bitte etwas. Hä, kann ich auch auf meinem Scheiß-Projekt machen? Ja, auf dem Rechner kann natürlich. Wie unnötig. Ja, was denn? Oh, ich mach erst mal kurz die Bildschirmübertragung wieder an, dass du nämlich wieder meinen fetten Lutz siehst. Was soll ich gaukeln? Ähm, gib mal ein Bad Sobernheim. What is this? Ja, ja. Davon hab ich schon mal gehört, da wohnt irgendein Abonnent von mir. Da wohnt echt irgendein Freund an irgendein Abonnent von mir. Das kann gut sein. Warum haben die eine eigene Website? Bad Sobernheim.de läuft. Warte, ich guck jetzt mal auf Google Maps. Genau, dann guck mal, wie weit das... Oh, Lichtle ruft an. Kleinen Moment. Ja. Aufnehmen? Ich bin immer noch in der Aufnahme. Oh. Warte mal, Anrufe verbinden. Zack. Da seid ihr wieder beide. Nee, nur ich. Oh. Fail. Der ist ja weg. Der ist ja weg. Nein, er ist nicht weg. Nicht? Nein. Andere Vorsitzende. Warte mal. Hä, was macht der dann? Warte mal. Ah, wie kann ich denn die verknüpfen? Ich bin gerade im... Ah. Ich geh einfach rüber. Genau. Warte, Bad Sobernheim. Hier. Nee, äh, wie? Geht das doch nicht? Warte mal. Doch, doch, geht, geht. Warte mal. Kleinen Moment. Seid ihr irgendwie scheiße? Warum wechselt ihr die ganze Zeit die Konversion? Jetzt geht's. Die 6, gehst du doch nicht, oder wie? Nee, äh, ich, ich hab, äh, meine YouTube-Partnerkräfte und meine mentalen Kräfte genutzt, um ihn anzuhalten. Oh, das war übel asozial. Die haben einfach nicht mehr auf mich gewartet. Die haben, guck mal, die mussten gerade mal für fast 45 Minuten warten und dann sind die einfach gegangen. Von die Assis. Okay, dann lass CSGO. Warte, Moment, Moment, erstens, genau, erstens nehm ich noch auf und zweitens muss ja danach noch meine Pizza gegessen werden und dann können wir über eine Aufnahme bei CSGO reden. Aber dann wird bitte eine bessere Map gezockt. Ja, das zwei, das zwei, das zwei. Ich hab mich gerade rasiert und hab, ich hab mich gerade rasiert und hab mich geschnitten. Wow, du bist ja dumm. Ja. Du rasierst dich. Ja. Ja, ich auch, what the fuck. Wir wollen ja nicht mit so einem Vollbart da sitzen. Yay, Alter. Ich sag euch eins. Vollbart, let's play HD. Genau. Lass mal bitte einfach einen Monat nicht. Oh, nein, das mach ich nicht. Doch, das könnt ich in den Sommerfern mal machen. Also, mein Bartwuchs ist so extrem gering, dass ich theoretisch wirklich, ich kann's ja jetzt mal sagen, also ich muss... Genauso wie deine Analbehaarung. Ey, ich nehm auf, Junge. Leute, die kennen das nicht, man ist so im Internet manchmal so voll blindert, so wie ich und leuchte, Bob. Ja, jetzt tut sich ab, grüllen da auf. Wie ist das bei dir, hast du gesagt? Wie bitte? Du hast gesagt, bei dir ist es wie? Genau, also bei mir ist es so, dass ich mich, ich sag mal, alle fünf Tage oder sowas mal rasieren muss. Hä? Ja, mein ganzes Gesicht blutet. Das ist ja richtig. Hast du dich trocken rasiert oder warst du Opfer? Ja, ich bin so über alle Pickel drüber, ratsch. Das ist so dumm, Alter, ohne Spaß. Ich mach das immer so schön, mit dem schönen Rasierschaum gegettet. Ja, ey, normal ich auch, aber ich hatte das jetzt eilig. Ey, ich hatte das eilig. Ritsch, ritsch. Ja, hilfreich. Ja, aber, ähm, hier, Gusor, äh, warum bist du, hä, was führt dich bitte nach Bad Sorbernheim? Sorbernheim. Sorbernheim, was soll da sein? Mein, mein Bruder heiratet und da bin ich dann am Start. Und der wohnt in Bad Sorbernheim. Richtig. Konnte der sich Frankfurt nicht leisten. Nein, Spaß. Aber das ist voll weit weg. Das ist eine Stunde, zehn Minuten weg, Digga. Du willst doch nicht... Ja, okay, überlege mal, wo ich sonst wohne. Überlege mal, gib mal Hamburg ein oder gib mal Flensburg ein. Ja, das ist... Wo ich sonst wohne. Google mal... Genau. Karibik privat. So. Ey, ich glaub, ich werd mein ganzes Geld sparen, richtig lang noch bei meinen Eltern wohnen und mir dann ne Privatinsel in der Karibik kaufen. Das kostet aber mindestens 20 Millionen. Ja, dafür gibt's ja Banken, die man aushauen kann. Das Leben ist nicht GTA. Ja, doch. Bei mir schon. Ey, ich bräuchte eine Stunde, zehn Minuten, Digga. Mit dem Auto. Mal schauen. Das war ja nur ein Tipp. Okay, zu Fuß. Neun, zehn Stunden. Perfekt. Ich komm dann dahin gelaufen. Zelt ist denn eben bei. Nimm deinen Computer mit. Ich schwöre... Dann kannst du während dem Gehen zocken. Ich schwöre, ich kette mir so einen Bauchladen und wandere einfach mit meinem Laptop da so lang. Und dann hast du kein UMP-Schnitt. Ey, ich schwöre, das wird so gut gehen, ohne Spaß. Ich würde einfach durchgehen zocken. Beim Zock geht die Zeit so schnell vorbei. Ich könnte einfach so laufen und laufen. Ja, beim Zocken geht die Zeit so schnell vorbei. Ja, genau, ich dachte auch gerade. Ja, genau. Was für ein Wortwitz. Okay, Guso, wie lange geht deine Aufnahme noch? Äh, nicht mehr lang. Also die ist gleich zu Ende. Also in drei Jahren. Tausend dunkles. Ja, tausend reicht mir nicht. Lichle, Lichle, was hältst du davon, dass wir mal wieder einen richtigen Community-Clan machen? Finde ich eine gute Idee. Weil im YouTube-Clan-Walk kriege ich nie was gespendet und deshalb kann ich richtig oft nicht aufnehmen. Ja, keiner mag dich. Es liegt daran, weil du gar nicht aufnehmen möchtest. Nein, guck mal, die anderen auch bauen mir fünf und dann alle haben nur so fünf Truppen. Und das reicht nicht für eine Aufnahme, vor allen Dingen, wenn man den Clan-Krieg nicht angreifen kann, will oder möchte. Wir könnten so einen Community-Clan machen, ab Level 150. Ja, wo keiner rein kann. Nee, wir machen einfach so einen Clan ab 9.900 Pokal. Ey, Lichle, lass echt mal irgendwie herausfinden, wie dieser Glitch geht. Ja, sollten wir aber echt mal. Ja, ohne Witz, dann können wir so einen Clan machen mit 9.999 Trophäen. Oh, hier, hier, hier. Sehen wir die Ultra-Bosse. Was ist hier? So, erstmal mein iPad schütteln. Was? Lichle, glaube ich, weiß, was ich damit mache. Lichle? Ich habe gerade richtig Mauerbrecher gewastet. Lichle ist weg. Was? Du weißt doch, was ich mit iPad-Schütteln meine, oder? Oh, yeah. Ich sage euch nur eins. Die sind immer so. Die sind einfach immer so. Ja, Guzo versteht nicht, was wir meinen. Nee, aber ich meine nur. Wenn ihr versteht, was wir meinen, schreibt uns das in die Kommentare und dann werdet ihr geblockt. Oh Mann, ist das behindert. Wir sind übrigens nicht immer so, wenn wir zum Beispiel CSGO spielen, sind wir so ganz normal wie ich. Oh, ja, genau, das habe ich heute gemerkt. Ja, genau. Ey, Lichle, ist dir mal aufgefallen, dass wir in richtig vielen Situationen so sprechen? Ja, das stimmt. Das fällt einem richtig auf. Das ist richtig übel, Alter. Wir sind richtig cool. Ich habe gerade richtig Loot-Action. Guckt es euch bitte an. Ja. Wir können ja noch mal ein Thema ansprechen. Ja, genau. Erzähl. Also, ich habe mich letztens beworben auf einen Minecraft-Server, dass ich YouTuber bekomme. In den Rang. In Minecraft-Server. Weil, nein, weil, weil ich die ganze Zeit von irgendwelchen Spielern getargetet werde, weil die wissen, dass ich das bin. So. Dann haben die abgelehnt, weil sie gesagt haben, ich mache kein Minecraft auf meinem Kanal. Das ist dann scheißegal. Was hältst du davon, Kusewa? Ja, also mir wird es auch scheißegal. Äh, das ist aber echt schade. Nein, eigentlich ist es halt, weil solange du kein Promotion-Video machst, juckt es die, glaube ich, wirklich nicht. Die sind auch nur User-geil. Schon klar, aber ich meine, ich habe da 100 Euro für den Rang investiert und kann nämlich nicht mal nicken. Das ist natürlich kritisch. Ja. Ich sage nur eins. Sagt mal Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.